Servus, liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem kleinen, ich sage mal, Hotfix zum Thema Timewalking Raids. Ja, richtig gehört, Raids, nicht Dungeons. Denn Blizzard hat dort die Dropchance, mit der ihr Loot erhalten könnt, drastisch reduziert. Warum das so ist und alle weiteren Infos erfahrt ihr im Video. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sehen die Meldung von wowhead.com und sie schreiben, eine der Kernänderungen von Shadowlands war die Reduzierung des Loots, den man bekommt. Und sie schreiben, dass man in Battle for Azeroth beispielsweise über viele Wege sehr viel Loot bekommen hat. Und dann, es gab ja immer die Möglichkeit, wenn ein Timewalking Event ist, kann man auch einen Raid betreten. Dazu muss man sich bei einem NPC dafür anmelden, soweit ich weiß. Und hat dann die Möglichkeit, auf dieses Level runterskaliert zu werden. Man braucht eine feste Gruppe dafür. Und dann kann man diesen Raid betreten und bekommt eventuell bei jedem Boss Perso Loot. Und da hat Blizzard nichts geändert zum Start von Shadowlands. Das heißt, die Droprate war noch genauso hoch, wie es zum Beispiel mit Battle for Azeroth war. Das ist jetzt aber anders, denn wir sehen anhand dieser Meldung hier, Timewalking lowered the amount of Loot per person in Timewalking Raids to better match Shadowlands Raid Droprates. Also, den Loot, den eine Person in einem Timewalking Raid bekommt, wurde reduziert und auf das Niveau der Shadowlands Raids angepasst. Oder des Shadowlands Raids, der aktuell draußen ist, sprich Schloss Natria. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, oder ihr eine sehr geringe Chance habt, Loot in diesem Timewalking Raid mittlerweile zu bekommen. Ich würde sagen, ich weiß nicht, bei einem 10-Boss würde... Ja, also mit Glück geht ihr mit einem Teil aus dieser ganzen Geschichte raus. Ich weiß, in Burning Crusade war es Black Temple, also der schwarze Tempel, den man machen konnte in dem Timewalking Event. Da sind es jetzt ein paar mehr Bosse, da dürfte man schon mit einem Item rausgehen, hoffentlich. Aber garantiert ist natürlich nichts. Wenn man jetzt HC Runs oder Normal Runs in Natria hat, wo man nach 10 Bossen kein einziges Item bekommen hat, dann kann es doch gut möglich sein, dass man jetzt in den Timewalking Raids auch leer ausgeht. Und zum Abschluss der Meldung steht nochmal zusammengefasst, Less Loot Drops in Shadowlands, this is intended. Play the game to enjoy the game, do the content that appeals to you. Also, es ist so gewollt, dass weniger Loot in Shadowlands droppt und spielt einfach das Spiel, um Spaß zu haben. Und nicht wegen des Loots, ist zumindest die Anweisung dieses Artikels hier. Und noch einmal, die Timewalking Raid Drops wurden halt angepasst auf das Niveau von Shadowlands. Letzten Endes, ja, ist es, denke ich, da ja in diesen Raids, soweit ich weiß, auf 200er Item Level gedroppt ist oder droppt. Und konsequent, da, wenn in den Raids von Shadowlands und in den Dungeons schon wenig Loot droppt, muss Blizzard das eigentlich auch in den Timewalking Events reduzieren, da ansonsten Spieler das höchstwahrscheinlich ausgenutzt hätten und sich da ihren Loot zusammengefarmt hätten. Und das kann in meinen Augen auch nicht dann der Sinn sein, dass man alten Content bestreitet, um im neuen Content Loot zu haben. Dementsprechend kann ich diese Änderung schon nachvollziehen und ich persönlich finde die Timewalking Raids jetzt eh nicht so super attraktiv, als dass ich die rennen würde für Loot. Nun ja, was ist eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin gespannt drauf, was ihr sagt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video, bleibt gesund und reingehauen! Bis zum nächsten Video, bleibt gesund und reingehauen! Bis zum nächsten Video, bleibt gesund und reingehauen!